In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dir deinen Alltag mit Microsoft Edge mit Hilfe von Profilen vereinfachen kannst. Um mit Profilen zu arbeiten, klicke ich hier rechts oben auf diesen Knopf und komme so in die Profilübersicht. Du siehst hier bereits, ich habe mein Schulkonto als Profil eingerichtet und auch ein Profil für privates Surfen. Warum sollst du dir aber verschiedene Profile anlegen? Vielleicht ist es dir schon passiert, wenn du mit verschiedenen Konten von Office 365 arbeitest, dass du beim Login beispielsweise ein falsches Konto vorgeschlagen bekommst. Um das Problem zu lösen, muss man dann oftmals seine Browser-Daten löschen. Bisher habe ich mir damit geholfen, dass ich für verschiedene Konten gern auch unterschiedliche Browser verwende. Das brauchst du mit Profilen nicht mehr tun. Möchtest du nun also ein neues Profil hinzufügen, klickst du hier auf Profil hinzufügen. Es öffnet sich dann eine Übersicht und es wird dir erklärt, was du mit diesem Profil machen kannst. Ich klicke auf Hinzufügen. Es öffnet sich ein neues Edge-Fenster und ich habe nun die Auswahl, möchte ich mich hier nun mit meinem Office 365 Konto anmelden oder nicht. Meldest du dich mit deinem Office Konto an, besteht die Möglichkeit, dass deine Daten über verschiedene Geräte hinweg synchronisiert werden. Nutzt du zum Beispiel einen Stand-PC und einen Laptop unterwegs, so ermöglicht es dir das Profil, das Lesezeichen, Sammlungen, Kennwörter und auch vieles mehr über beide Geräte hinweg synchronisiert werden. Ich melde mich nun an, damit ich die Synchronisierung aktivieren kann. Nun bin ich hier in diesem Konto angemeldet. Klicke ich auf die Profilübersicht, siehst du, dass ich hier mit Schüler at mms-radstadt.at angemeldet bin. Darunter wird dir angezeigt, dass die Synchronisierung eingerichtet wird. Manchmal kann es vorkommen, dass hier nichts synchronisiert werden kann. Dann müsste der Administrator deines Tenants diese Synchronisation erst aktivieren. Mit einem Klick auf Profileinstellungen verwalten, kannst du nun dieses Profil auch noch zusätzlich konfigurieren. Mit einem Klick auf Konto verwalten, öffnet sich nun die Kontoverwaltung und du könntest deine Sicherheitsinformationen, dein Kennwort ändern, die Geräte, auf denen du angemeldet bist, überprüfen und noch vieles mehr. Mit einem Klick auf Synchronisieren kannst du festlegen, welche Dinge nun über verschiedene Geräte mit Hilfe deiner E-Mail-Adresse synchronisiert werden sollen. Hier kannst du deine Favoriten, die Einstellungen, grundlegende Informationen, deine Kennwörter, deinen Verlauf, geöffnete Tabs, verschiedene Erweiterungen und auch die Sammlungen synchronisieren lassen. Möchtest du einzelne Punkte nicht synchronisieren, musst du einfach nur diesen Schieberegler nach links schieben und schon werden beispielsweise keine Kennwörter mehr über verschiedene Geräte synchronisiert. Bei einem Klick auf das Drei-Punkte-Menü könntest du nun mit Bearbeiten noch dein Bild ändern. Hier wirst du wieder auf die Einstellungsseite deines Accounts umgeleitet. Oder du kannst auch dieses Konto wieder entfernen. Möchtest du dir ohne hinterlegte E-Mail-Adresse ein Profil anlegen, ist das natürlich auch möglich. Dazu klickst du wieder auf den Profile-Button, klickst auf Profil hinzufügen, wieder hinzufügen, ein neues Edge-Fenster öffnet sich und du kannst hier dann auswählen ohne Anmeldung fortfahren und schon ist dieses Profil angelegt. Du kannst natürlich auch von diesem Profil, das im Moment noch Profil 2 heißt, die Profileinstellungen wieder verwalten. Dazu klicke ich auf den Button Profileinstellungen verwalten und wir kommen wieder in das altbekannte Fenster. Einzig der Menüpunkt synchronisieren ist ausgegraut, da du ja nicht mit deiner E-Mail-Adresse angemeldet bist und daher auch keine Synchronisierung möglich ist. Willst du dein Profil umbenennen, funktioniert das auch über das Drei-Punkte-Menü, Bearbeiten. Mein Profil heißt nun Demo ohne Sync und du kannst hier eines der vorgefertigten Bilder auswählen, zum Beispiel hier den Taschenrechner und schon ist dieses Konto nun auch personalisiert. Surfst du nun in Microsoft Edge und möchtest das Profil wechseln, klickst du rechts oben auf das Profil-Verwalten-Symbol und kannst nun zwischen den Profilen wechseln. Wechsle ich zum Beispiel nun auf mein Profil mit der Schüler-E-Mail-Adresse, klicke ich hier rauf und es öffnet sich das entsprechende Edge-Fenster und schon kann ich in diesem Profil weiterarbeiten. Ich hoffe, ich konnte dir einen kurzen Einblick geben, wie das Arbeiten mit Profilen deinen Alltag mit Microsoft Edge einfacher machen kann.